Es gibt keinen Ausweg. Komm mit mir. Guten Abend. Willkommen im Hotel Normandie. Hallo. Wie viele Nächte bleiben Sie bei uns? Nur eine, nur heute Nacht. Es ist im vierten Stock. Zimmer 414. Ich werd mal duschen. Geh ruhig schon ins Bett. Hast du dich verlaufen? Hast du was gehört? Wer war der Mann draußen vor der Tür? Tut mir leid, ich habe niemanden gesehen. Ist denn irgendwas passiert? Ja, er hat uns belästigt. Du meine Güte. Gibt es irgendwas, das Sie mir nicht sagen wollen? Nein. Fragen Sie meine Frau. Was ist los mit dir? Wovon redest du da? Was machst du hier, Babak? Je mehr sie strampen... Es gibt keinen Ausweg. ...desto tiefer geraten sie hinein.